Am Wochenende krank sein kann wirklich überhaupt nichts, aber zumindest ist es irgendwie passend, wenn man sich einen Film mit Zombies anschaut und sich währenddessen auch selbst wie einer fühlt. Ich dachte mir schon, Abraham Lincoln Vampirjäger wäre das seltsamste und skurrilste Filmkonzept, das wir dieses Jahr zu sehen bekommen werden, aber ich habe meine Rechnung wie so oft ohne The Asylum gemacht, denn die servieren uns Abraham Lincoln vs. Zombies und liefern damit, glaube ich, auch den ultimativen Beweis dafür, dass man Zombies in mehr oder weniger jedes Filmkonzept integrieren kann. Ich warte zum Beispiel schon nur mehr auf The Asylums, was weiß ich, Zombies on a Plane, warte mal, blödes Beispiel, wie wäre es mit Oogie Loves meets the Zombies oder Madagaskar 3, die Rückkehr der Zombie-Pinguine. Ich habe volles Vertrauen, dass The Asylum da noch so einiges einfallen wird. Aber gut, beginnen wir Abraham Lincoln vs. Zombies oder auch nicht, weil wirklich was erkennen kann man in der ersten Szene des Films nicht. Es soll irgendwie eine Art Zombie-Hatz mitten im Wald darstellen. Das Ganze, scheinbar hat man den Beleuchter daheim vergessen, ist so dunkel ausgefallen, dass man recht wenig erkennen kann. Das Erste, was ich wirklich gut sehen konnte bei dem Film, war, dass man danach, nach dieser Szene, auf Stock-Footage zurückgegriffen hat, die so verpixelt ist, dass man den Eindruck gewinnen könnte, die wäre von einer alten Video-CD herunterkopiert. Aber gut, es wird einmal Zeit, unseren Hauptcharakter kennenzulernen. Abraham Lincoln ist am Anfang des Films noch, würde ich so schätzen, 8 Jahre alt. Wir sehen seinen Vater, hinter ihm die zombifizierte Mutter. Der Vater sagt, ich kann es nicht und er schießt sich und dann haben wir... Mal ganz kurz Pause. Der Vater meint, er kann die Mutter nicht erschießen und er schießt sich deswegen selbst. Der Parents of the Year Award dieses Jahr geht an Abraham Lincolns Vater. Großartig, wenn man so sagt, ach nein, ich kann meine zombifizierte, gehirnfressende Frau nicht töten. Soll mein Achtjähriger das tun. Das Ganze ist vielleicht nicht so wirklich schlüssig, aber Abraham Lincolns hat ehrlich gesagt irgendwie den Eindruck gemacht, dass ihm das Ganze nicht wirklich stört. Das Ganze wirkt irgendwie wie eine McDonalds-Sammelbestellung bei den Kindern aus Kindern des Zorns, weil er nimmt einfach die Sense, köpft seine Mutter und schaut dann irgendwie so drein, als wäre ihm das Ganze recht egal gewesen. Irgendwie spannend. Was aber diese ganze Aktion von seinem Vater noch interessanter und noch Parents of the Year verdächtigerer macht, ist nicht nur, dass er sich erschießt und meint, ach soll Abe doch seine Mutter töten. Nein, damit er seine Mutter töten kann, muss der Sohn auch noch natürlich über die Leiche des Vaters drüber steigen, weil, aha, gut, scheinbar denke ich mehr über das Drehbuch des Films nach, als derjenige, der das Drehbuch geschrieben hat, aber ich denke mir, wenn wir so weitermachen, sitzen wir morgen noch da, also zahmer belang. Die erste, erste Gedanke, der mir irgendwie kommt, ist, wir sehen jetzt mal Abraham Lincoln als 8-jährigen Zombiejäger und mir kommt der Gedanke, hm, ein Kind, das Zombies jagt, könnte das möglicherweise irgendeine Verknüpfung mit The Walking Dead haben, aber egal, man muss aber zugeben, jung Abraham Lincoln ist nicht wahnsinnig viel cleverer als sein Vater, weil nachdem er seine Mutter geköpft hat, zerbricht er die Waffe, weil es ja sicher nirgendwo einen zweiten Zombie gibt und vor allem, wenn man irgendwo in der Nähe eines Fels wohnt, eine Sense, es ist sicher nicht hilfreich, aber egal. Wir sehen dann eine Credit-Sequenz, währenddessen im Hintergrund so Bürgerkrieg-Szenen, die irgendwie ausschaut, wie mitgefilmt bei irgendeiner Leihenspielgruppe von den, so einem Civil War Reenactment der Abendschule in Mississippi, Mississippi, Missisota. Ich habe gerade einen neuen amerikanischen Bundesstaat entfunden. Also heute bin ich etwas am Wörter erfinden. Das passiert, wenn man nicht weiß, ob man Mississippi oder Minnesota sagen kann, dann hat man halt Missisota erfunden oder entfunden, entwickelt. Egal, wechseln wir das Thema, denn wir sehen jetzt den erwachsenen Abraham Lincoln, der schon amerikanischer Präsident ist, wie uns vorher die Stock-Footage-Aufnahme des Weißen Hauses zeigen soll. Ich habe übrigens nachgeschaut, Abraham Lincoln saß damals tatsächlich schon im Weißen Haus, allerdings fände ich es doch irgendwie eher passend, wenn wir Asylum nicht ein modernes Bild des Weißen Hauses verwenden würde, weil ich glaube, das hat damals, wo Abraham Lincoln regiert, doch noch ein kleines bisschen anders ausgeschaut. Ein kleines bisschen Übergänge wäre außerdem auch nicht, weil wie ist Abraham Lincoln von einem einsamen Kind im Wald, das seine Mutter mit einer Sense geköpft hat, zum amerikanischen Präsidenten geworden? Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, so ganz im Kleingedruckten von den, man könnte sagen, Grundlagen zum amerikanischen Präsident sein, könnte unter der Zeile Du musst in Amerika geboren worden sein, möglicherweise auch noch irgendwie so etwas stehen wie Du darfst deine Mutter nicht mit einer Sense geköpft haben, auch wenn sie ein Zombie war. Naja, egal, was mir am Anfang des Films gleich auffällt, wie Asylum hat irgendwie versucht, scheinbar das alte Englisch der damaligen Zeit nachzuahmen, zumindest so lange mal dran gedacht hat, weil es gibt einige Szenen, in denen die Darsteller wirklich im Civil War Englisch sprechen, dann gibt es wieder einige Szenen, wo sie ganz normal sprechen, als wäre gar nichts gewesen. Was ich aber gleich am Anfang hervorheben möchte, meiner Meinung nach, ist Bill Obers Jr., der Schauspieler, der Abraham Lincoln in dem Film verkörpert, eine großartige Entscheidung von The Asylum gewesen. Er spielt seinen Part wirklich cool, er weckt für mich eigentlich durchaus den Eindruck, wirklich Abraham Lincoln zu sein. Ich meine, ich nehme an, dass seine Leistung nicht so ganz zu vergleichen ist mit der von Daniel Day-Lewis, aber es ist für ein B-Movie auf jeden Fall eine großartige schauspielerische Leistung in der Rolle und ich könnte mir ehrlich gesagt durchaus eine TV-Serie oder so mit Bill Obers Jr. als Abraham Lincoln vorstellen. Solange es auch um Zombies geht, wäre das Ganze vielleicht auch durchaus unterhaltsam. Wir sehen dann, wie unsere Crew durch das Weiße Haus geht. Das Ganze schaut irgendwie mehr aus wie ein Museum, interessanterweise mit einer modernen amerikanischen Flagge im Hintergrund. Und dann sehen wir zumindest von der Stadt Washington keine moderne Aufnahme, sondern eine CGI-Darstellung, die ein bisschen ausschaut, wie auf einer PS2 errechnet. Danke, der Grafiker von The Asylum hat scheinbar doch zumindest ein bisschen dazugelernt, sind zumindest schon von PS1-Grafiken weggekommen. Naja, was mir an der Stelle aber recht deutlich auffällt, ist, dass für ein B-Movie die Bildqualität der Blu-Ray für den Film wirklich, wirklich gut gelungen ist. Als nächste Szene begibt sich Abraham Lincoln dann in irgendeinen Bunker mit einem sprechenden Zombie. Day of the Dead, you are not the Asylum. Aber egal, der Zombie flüchtet, dann läuft ihm jemand nach, wie Buster Keaton in einem alten Stummfilm. Bis auf den Moment, wo er über eine Stiege stolpert. Ah, kleiner Hinweis, die Asylum. Wenn der Darsteller während einer Szene, während die Kamera läuft, über eine Stiege stolpert, es gibt so etwas, das nennt man Second Take. Zum Beispiel, wie wenn ein Reviewer den Unterschied zwischen Mississippi und Minnesota nicht kennt, hätte man hier schnell, ich werde kurz die Klappe halten. Anyways, ähm, was ich auch sehr witzig finde, ist, Abraham Lincoln springt dann auf diesen einen Zombie los, wie zu den besten Zeiten von Turkish Star Wars. Es gibt irgendwie einen Kampf, ihm wird die Sichel zugeworfen und so in der Drehbewegung wird der Zombie geköpft und danach reden sie ganz normal weiter. Die Idee, hm, wo kommen diese Zombies her, was macht man damit, ist etwas seltsam. Und, gut, man muss sagen, Abraham Lincoln hat mittlerweile schon Erfahrung mit Zombies gesammelt. Immerhin ist er wahrscheinlich schon 30, 40 Jahre erfolgreicher Zombiejäger. Und die Asylum hat es aber leider nicht für notwendig befunden, irgendwie seinen Aufstieg zum amerikanischen Präsidenten als Zombiejäger noch irgendwie darzustellen. Ich meine, das wäre auch unglaublich lustig, wenn er versuchen hätte müssen, seine Funktion als Zombiejäger irgendwie in seine Wahlrede einzubringen, und auch die Minderheiten, nämlich die Zombies, davon ansatzweise zu überzeugen, ihn zu wählen. Weil wir wissen ja, bei amerikanischen Wahlkämpfen ist das nicht so ungewöhnlich, dass auch Tote irgendwann einmal abstimmen, aber das ist irgendwie ein anderes Kapitel. Wir sehen dann eine Szene, wo unsere Gruppe mit dem Zug fährt. Irgendwann fährt der Zug nicht mehr weiter und sie müssen zu Fuß weitergehen. Zum Glück ist der Zug ein CGI-Effekt im Hintergrund. Das Ganze wurde so toll gemacht, dass man den Eindruck bekommt, während unsere Darsteller nach vorne gehen, dass der Zug langsam aber sicher rückwärts fährt. Great! Wir kommen dann zu irgendeiner Festung, Burg, keine Ahnung was. Und dieses Tor dort ist ganz, ganz toll gesichert durch einen morschen Holzbalken, den die drei Männer im Schlaf aufbrechen können. Yippie! Trotz dieser super tollen Sicherung hat man aber drinnen im Hof irgendwie Männer positioniert, die dann unsere Gruppe ins Kreuzfeuer nehmen. Und ich stelle mir vor, dass eine Schießerei mit den Waffen von damals muss sicher wahnsinnig actionreich gewesen sein, wenn man nach jedem Schuss ungefähr 10 Minuten zum Nachladen braucht. Abgesehen davon weiß ich jetzt nicht, wie die Leute, die in dieser Festung vorher waren, unbedingt gleich festgestellt haben, dass unsere Gruppe da ist und sich im Vorherein in Sicherheit gebracht haben, weil es ist ja so wahrscheinlich, dass es sich um irgendwelche Eindringlinge und Bösewichte handelt. Vor allem, wenn die Unterscheidung zwischen Menschen und Zombies so schwer fällt wie Sprechen sie? Riechen sie wie Leichen? Nein, dann brauchen wir nicht schießen. Aber irgendwie ist das scheinbar auch zu intelligent für die Leute. Damals, während dieser Schießerei, kommt dann irgendwie ein Zombie daher, einer von Lincolns Leuten wird gebissen. Lincoln erschießt den Zombie und dann den Gebissenen. Und irgendwann einmal haben dann die Leute, mit denen sie gerade diese Schießerei austragen, scheinbar vergessen, dass wenn fünf Leute mitten auf dem Hof im mittleren, ganz deutlichen Feld stehen, dass man dann vielleicht einfach noch sie schießen könnte. Das würde nämlich diesen Kampf etwas vereinfachen, anstatt dass man sich denkt, oh nein, jetzt schieße ich nicht, jetzt stehen sie dort, wo ich sie treffen könnte. Ich warte wieder, bis sie sich irgendwo verschanzen, weil dann kann ich sie nicht treffen. Du Idiot! Gut, weil das Beste ist, nachdem sie wieder wegkommen, geht die Schießerei weiter. Also es ist tatsächlich so, mehr oder weniger eine Art Abraham Lincoln ist so aufgestanden, hey, time out, ich muss ganz kurz, ganz kurz mal nachschauen, wie es bei dem Kerl geht, wir können uns nachher eh gleich wieder weiter abfetzen, aber Leute, das ist keine Schneeballenschlacht, das ist ein Kampf um Leben und Tod, aber egal. Was aber recht witzig ist, es kommt dann eine recht coole kurze Zombieschnetzelei, am Ende dieser Stetzelei wird noch einer von Lincolns Leuten von dieser Gegnergruppe angeschossen und sie haben doch was gelernt, wenn jemand treffbar ist, go for it. Und sie kommen dann drauf, es ist eh nur ein glatter Durchschuss und Abraham Lincoln fragt, ob der Kerl vielleicht auch noch irgendwo anders verletzt ist, ob er vielleicht Biss oder Kratzspuren hat. Ey, reicht ein Durchschuss nicht? Bist du wirklich so ein, man könnte sagen, Dr. Haus, Sadist, dass du unbedingt schauen musst, hey, hat er noch? Nein, ich weiß, es geht darum, um zu schauen, ob er vielleicht irgendwie in einen Zombie verwandelt wird, aber... Ja, naja. Auf jeden Fall geht die Gruppe dann wieder weiter durch den Hof, wo diese Schießerei vor einer Minute wieder stattgefunden hat. Die Gegner sind scheinbar wieder komplett vergessen, sie bauen bei dem Tor diesen morschen Holzbalken wieder auf, weil er hat ja das Fold vorher schon so perfekt gestützt, hat ganze Arbeit geleistet und dann treffen sie die Leute, die vorher geschossen haben im Keller. Lincoln ruft zufrieden und Zusammenarbeit auf und ab sofort sind sie scheinbar verbrüdert oder sonst was, keine Ahnung. Was irgendwie interessant ist, wir haben jetzt die 27. Filmminute und es ist das erste Mal, dass jemand die Zombies tatsächlich als Zombies bezeichnet. Wie in The Walking Dead hat man zuerst mehr oder weniger geglaubt, es sind in Wirklichkeit Kranke, die medizinische Hilfe brauchen und so weiter. Jetzt wissen wir, es sind lebende Tote, die durch Magie wieder auferstanden sind und ich muss das ganz kurz ansprechen, weil mir fällt das schon etwas deutlich auf. Es gibt in dem Film in Abraham Lincolns Team ein dunkelhäutiges Mitglied und man hat es für notwendig befunden, ihm den Namen Mr. Brown zu geben. Etwas, das mich ehrlich gesagt Ende der 90er schon gewundert hat, als CSI das für notwendig befunden hat. Ich meine ganz ehrlich, nicht einmal Quentin Tarantino in Reservoir Dogs hat das für notwendig befunden und da hatten alle Leute solche Namen. Na egal, während ich mich noch fragen, was irgendwie doch ein Zufall ist, dass eine Szene von Abraham Lincoln vs. Zombies auf einer Farm spielt, sehen wir dann, wie unser Team an einer Horde stehenden und schlafenden Zombies vorbeigehen, die sich nicht bewegen. Die würden nämlich nur aufwachen, wenn sie ein Geräusch hören. Ähnlich auch wie in The Walking Dead teilweise, aber dort haben sie es recht clever gemacht, dass sich die Zombies natürlich auch sonst bewegen und halt nur von Geräuschen angelockt werden, weil sie logischerweise glauben, dort wo Schüsse abgefeuert und Leute laut sind, dass dort halt einfach Leute im weiteren Sinne Futter ist. Aber gut, das heißt, in Abraham Lincoln vs. Zombies wären die Zombies überhaupt kein Problem. Man könnte sie theoretisch sogar in Beton eingießen und transportieren. Ja klar wäre das etwas aufwendig, aber ganz ehrlich, die Ägypter haben Pyramiden bauen können. Ich glaube, Abraham Lincoln findet schon ansatzweise irgendeine Möglichkeit, um das umzusetzen. Ich meine ganz ehrlich, stehende, schlafende Zombies, an denen die Leute einfach nur vorbeigehen. Da gibt es mehr grauenhafte Interaktionen, wenn man unter der Woche mit der U-Bahn fährt. Dort trifft man auf mehr furchteinflößende Zombies als in diesem Film. Naja, trotzdem ist, finde ich, die Idee, dass eben Schüsse die Zombies anlocken, durchaus keine schlechte Idee. Deswegen schlägt Abraham Lincoln nämlich auch vor, dass die Zombies geköpft werden. Das geht einfacher, das geht leiser, das sieht vielleicht auch cooler aus und das kann der Grafiker von The Asylum vielleicht auch besser umsetzen, weil über CGI-Blut bei Einschüssen erregen sich die Leute ja gerne auf. CGI-Köpfungen sind vielleicht nicht ganz so schlimm und um ehrlich zu sein, das kriegt die Asylum in dem Film auch gar nicht einmal so schlecht hin. Naja, Abraham Lincoln führt jetzt eine große Motivationsrede. Er will, dass das eine kleine Kind in seiner Partie dort bleibt. Das Kind sagt nein, Abraham Lincoln sagt, okay, dann kannst du mitgehen. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass Abraham Lincoln sonst bei seinen Entscheidungen etwas Bestimmender ist. Ich meine, immerhin ist er Präsident von Amerika. Aber gut, stellt euch das vor, was weiß ich, wir haben eine Unterhaltung zwischen Abraham Lincoln und einem seiner Berater, das heißt so, wir werden die Sklaven befreien. Aber dann haben wir keine Sklaven mehr. Stimmt, vielleicht doch keine so gute Idee. Wir werden den Sklaven ein besseres Gehalt zahlen. Aber dann können wir sie uns nicht mehr leisten. Stimmt, verdammt, heute ist nicht mein Tag. Wäre vielleicht irgendwie, hätte die amerikanische Geschichte ein bisschen verändert, wenn das tatsächlich so abwärts wäre. Wir sehen jetzt dann, wie schlafende Zombies geköpft und gekillt werden. Und wow, wie Asylum schafft es in dem Film sogar, dass Zombie-Köpfungen langweilig sind. Könnt ihr euch vorstellen, wie spannend das wäre im Day of the Dead oder Dawn of the Dead, wenn unsere Protagonisten einfach nur durch starre Zombie-Horden durchgehen und sie irgendwie köpfen würden? Zombies, die sich nicht bewegen, die nicht interagieren, die einfach nichts machen. Das wäre einschläfernd. Und was ich echt witzig finde, wir haben ja vorher schon einmal erwähnt, dass diese eine Anspielung an Day of the Dead nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. In der 61. Minute haben wir sogar einen in Ketten gelegten und an die Wand befestigten Zombie. Ja, der nächsten teuren Drehort, den sich wie Asylum zum Glück gerade noch leisten konnte, war eine Schutthalde. Und wir sehen dann, eine der witzigsten Szenen in dem ganzen Film, ich nenne sie ganz gerne die Tim-Taylor-Nachbar-Szene. Man muss sich ungefähr vorstellen, wir haben einen Zaun, hinter dem Zaun sind die Zombies, vor dem Zaun sind Abraham Lincoln und eben dieser Junge, den er vorher weglassen wollte, der aber mitkommen wollte. Der Junge sitzt auf den Schultern von Abraham Lincoln und erschießt die Zombies. Währenddessen gibt er Abraham Lincoln quasi Kommandos, wo er sich hinstellen muss, damit er die Zombies besser erschießen kann. Und er schickt ihm nach jedem Kill abwechselnd zwei Schritte nach links, zwei Schritte nach rechts, zwei Schritte nach links, zwei Schritte nach rechts. Was natürlich ganz, ganz toll ist, wenn man dieses freie, offene Feld auf der anderen Seite des Zauns bedenkt, weil wenn Abraham Lincoln einfach in der Mitte ruhig stehen würde, dann würde er ja logischerweise gar nichts treffen, oder? Wenn er ihn schon gehen schicken muss, kann man das nicht einmal machen, wir erschießen zuerst die drei Zombies auf der einen Seite und dann die drei auf der anderen. Muss wirklich, hoppa, 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 hoppa. Das Ganze schaut vielleicht ein bisschen aus wie Flipper, ist durchaus recht witzig, aber nicht wirklich sinnvoll. Egal, einer der Leute möchte sich jetzt dann im Endeffekt opfern. Er bereitet ihm im Keller, Weinkeller, wie kann man sowas in die Luft sprengen? Egal, er bereitet er Schießpulver vor. Es hat natürlich dieses Fort, eine riesige Lagerstelle mit Schießpulver. Dort wird laute Musik gespielt, das Schießpulver wird am Boden ausgebreitet, damit man quasi so eine Zündschnur legen kann. Und die wird angezündet. Im Hof wird währenddessen gekämpft und so weiter. Die Zombies sollen nach und nach eben in diesen kleinen Raum hineingehen und dann wird dieser Raum zur Explosion gebracht und das Zombie-Problem wird mehr oder weniger beseitigt. Also halt diese ungefähr 20 Zombies, die dort sind, von den wahrscheinlich 5 Millionen, die sonst noch vorher rumrennen. Aber egal. Das einzige Problem, was man scheinbar bei diesem genialen Plan nicht bedacht hat, ist, dass wenn die Zündschnur am Boden liegt, das eigentlich überhaupt kein Problem ist, dass irgendein Zombie einmal draufsteigt versehentlich und die Zündschnur ausgeht. Bitter! Deswegen muss jetzt eben sich einer opfern, muss in diesen Raum hineingehen, muss das Ganze zur Explosion bringen und währenddessen gleitet Abraham Lincoln an einer Schnur mit seinem Kleiderhaken oder sonst irgendwas aus dem Fault weg und im Hintergrund sehen wir diese Explosion großartig. Und ich komme da später noch einmal ausführlicher darauf zurück, aber die Szene ist ungefähr nur 10% so großartig, wie sie klingt, nachdem ich sie euch beschrieben habe, weil die Asylum scheinbar aus ihren vergangenen Fehlern gelernt hat. Diese Explosion ist nur ganz, ganz kurz zu sehen, quasi unscharf im Hintergrund, während wir Abraham Lincoln nach vor gleiten sehen. Und das Ganze ist so kurz gemacht, dass es eigentlich für ein B-Movie fast schon professionell und gut rüberkommt. Also quasi alles andere, nur nicht das, was wir eigentlich sehen wollten von dem Film. Naja, egal, trotzdem schaut diese Explosion für die Menge von dem Schießpulver, das in diesem Raum gelagert ist, ein kleines bisschen mickrig aus. Anyways, was bis jetzt auffällt, Abraham Lincoln hat bis jetzt alle Leute erschossen, die zu Zombies wurden, alle Zombies geköpft, die schon Zombies waren, mit einer einzigen Ausnahme, eine Prostituierte, mit der Abe irgendwann einmal geschlafen hat, die muss er natürlich am Leben erhalten, weil, wie es in Zombiefilmen so üblich ist, wenn er irgendwie eine Beziehung zu einem der Zombifizierten hat, dann muss der unbedingt anders behandelt werden, weil ganz sicher in der Geschichte sich irgendwann einmal erweisen wird, dass man das reparieren kann. Naja, er bringt diese Prostituierte zu einem Arzt in eine Scheune, ganz ehrlich, Farm, Scheune, Zombies, Arzt, Kind als Zombiejäger. Gibt es noch mehr Verbindungen, die man ansatzweise zu The Walking Dead machen kann? Weil ganz ehrlich, wenn der Film einmal irgendwie eine kurze Pause macht, mit seinen The Walking Dead References sind wir wieder bei Day of the Dead angelangt. Also, ja, am Ende haben wir natürlich ein kleines Problem, weil Abraham Lincoln versucht eben, diese Überlebende wieder aufzupäppeln, ist dauernd in ihrer Nähe, aber sie beißt ihn nicht. Irgendwann einmal verkallt sie sich dann in seinen Arm, wird erschossen, Abe ist zwar nicht gebissen worden, halt trotzdem verletzt, wird im Endeffekt trotzdem zu einem Zombie werden und das Ende, das sich die Asylum für den Film ausgedacht hat, finde ich ehrlich gesagt recht clever, weil es wird ein Brief geschrieben an John Wilkes Booth und Abraham Lincoln geht ins Theater. Irgendwie ein cooler Einfall, weil vor allem, wenn ich jetzt an diese historischen Zusammenhänge denke, dass John Wilkes Booth Abraham Lincoln in Wirklichkeit deswegen erschossen hat, weil er zu einem Zombie wird und quasi von ihm damit beauftragt wurde, ihn deswegen zu töten, frage ich mich ehrlich gesagt nur, wieso Abraham Lincoln extra dafür ins Theater gegangen ist, dass er möglicherweise noch unter vielen Leuten ist, möglicherweise noch die Chance besteht, dass das Zombie-Teil in ihm ausbricht, dass er noch irgendwen verletzt oder vielleicht, dass während er erschossen wird, jemand anderer auch noch verletzt wird, aber egal, wir reden gar nicht drüber, dass der Film irgendwie versucht hat, es eine Geschichte einzubauen, dass John Wilkes Booth ein Geheimagent unter den Soldaten im Bürgerkrieg war und dort unter dem Namen John Wilkinson unterwegs war, ich meine, ich weiß, er hatte sicher eine scharfe Klinge auf seinem Schwert, aber egal, und es ist, wie sage ich es am besten, ich habe noch nie einen Film dafür schlecht kritisiert, dass er gut war, aber The Asylum's Abraham Lincoln vs. Zombies hat ein Problem, er ist, man könnte sagen, ein Vertreter der neuen Schule von The Asylum, Asylum hat dazugelernt, hat sich wirklich deutlich verbessert, im Vergleich zu ihren früheren Werken, beispielsweise ist die Optik des Films wesentlich professioneller, das Ganze schaut viel besser aus, und man hat wirklich den Eindruck, dass The Asylum den Film mit viel mehr Budget produziert hat, als sie es eigentlich hatten. Die schlechten CGI-Effekte rücken irgendwie in den Hintergrund, werden immer geschickt durch durchschnitttechnische und sonst was Tricks so überspielt, dass sie nicht ganz so deutlich herausstechen, wie in älteren Filmen, und auch die Kamera, sonst was Tricks sind besser, die Schauspieler sind besser, und ich habe nur ein großes Problem im Endeffekt damit. Die Asylum-Filme waren für mich, und wahrscheinlich für viele von euch auch, immer gerade deswegen so cool und so interessant, eben weil sie so grottenschlecht waren. Und gerade aus diesen absurden CGI-Effekten und Einfällen, die Filme wie Mega Piranha oder Sherlock Holmes hatten, gerade deswegen waren sie so unterhaltsam. Jetzt, wenn die Filme wirklich aufprofessionell produziert werden, und zwar natürlich zwischendurch immer noch den ein oder anderen absurden Einfall und den absurden Effekt haben, es wirkt nicht mehr so. Und ich habe mich in dem Film ganz bewusst auf die coolen Szenen mit Zombies konzentriert, weil zwischendurch gibt es mindestens eine Dreiviertelstunde am Stück, in der einfach so gut wie gar nichts passiert. Charaktere, die sich über irgendetwas unterhalten, was niemanden interessiert, wo sie eben abwechselnd im Alt-Englisch oder Neu-Englisch sprechen. Selbst wenn es in der Szene aufgeklebte Bärte gibt, die Faker nicht ausschauen könnten, es reicht einfach nicht, um die Szene irgendwie cool und unfreiwillig komisch erscheinen zu lassen. Es gibt bei Abraham Lincoln vs. Zombies definitiv einige Szenen, die wirklich witzig und wirklich cool sind, aber im Großen und Ganzen ist der Film irgendwie langweilig. Es ist mehr als die übliche, wie es sei, um Billigware, aber der Film hätte letztendlich viel mehr Zombie-Action gebraucht und er wird einfach hart. Die Asylum beweist mit Abraham Lincoln vs. Zombies, dass es nicht unbedingt immer eine Verbesserung ist, wenn man sich verbessert. Die Asylons alte Filme waren für mich großartig unterhaltsam, vor allem Mega Piranha und Sherlock Holmes, gerade weil sie so grottenschlecht sind und die CGI-Effekte, das schlechte Schauspiel, die schlechte Kameraführung usw. alles wirklich ein homogenes, hochgradig unterhaltsames Ganzes ergeben haben. Mit Abraham Lincoln vs. Zombies und auch vielen anderen aktuellen die Asylon-Produktionen konzentriert sich die Firma immer mehr darauf, für ihr Budget so gut und so professionell wie möglich zu arbeiten. Die Schauspieler agieren recht gut in dem Film verglichen mit anderen Filmen aus der Budgetklasse. Die CGI-Effekte rücken immer weiter in den Hintergrund, werden zwar teilweise nach wie vor unterhaltsam, schlecht produziert, aber fallen nicht mehr auf, stechen nicht mehr so ganz aus dem Konzept heraus. Es gibt einige absurde Plotpoints und Ideen, die man bei dem Film allerdings nicht ganz so deutlich präsentiert bekommt, wie in anderen Filmen. Man muss schon ein bisschen tiefer gehen und ein bisschen mehr mitdenken bei dem Film, um sich zu denken, hey, das könnte eigentlich lustig sein. Man vergisst teilweise bei diesem Trash-Film irgendwie das Lachen. Abraham Lincoln vs. Zombies ist in meinen Augen ein recht einschläfender Film, der zwischendurch einen wirklich langen, langen Leerlauf hat, der aber trotzdem, trotzdem sicher einige coole Zombie-Interaktionen, einige interessante Einfälle hat. Und für Fans von The Asylum das Anschauen sicherlich noch rechtfertigt. Ich würde mir bei dem Film aber auf keinen Fall eine Trash-Granate wie von The Asylum gewohnt erwarten. Bis zum nächsten Mal. Sönerin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.